...komm ich hier lebend raus. Nee, weil dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, Haar. So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlampe. Ja, aber er hat Batman vergessen. Ich hab immer gedacht, Katzen hätten neuen Leben. Lass dich nicht so hängen, Haar. Verdient hat er's. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Celina. Ja, und wie. Ich glaub, ich hab mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Celina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich trau' ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Der Ex-Bezirks-Stadt. Der Ex-Bezirks-Stadt. Der Ex-Bezirks-Stadt sagte, was für... Wir sehen uns bald, Benz. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war's auch. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Miau, miau. Wir müssen uns herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Okay. Rätsel. Ups. Nein, 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 nein. Na los! Kämpfe wie ein Mann mit uns! Habt den Knopf versaut. So, da haben wir's doch. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Hoppla. Komisch, die Steuerraum. Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Alles klar. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Kann man jetzt da noch ein Zeitangraben oder was? Wo geht's denn da raus? So. Hier ist man noch hier drin umgucke. Hier ist man noch umgucke. Hm, okay. Sind wir wieder da. Vielleicht gibt's ja auch wieder hier so versteckte Sachen. Da drin legt man nix. Kann man hier raus? Ah, ja. Oh, wo geht's denn hier hin? 30 Tage ab November, April, Juni und September. 28 hat nur einer. Mehr als 31 keiner. Was ist denn los, Batman? Hat dir jemand zu St. Valentine das Herz rausgerissen? Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber auf jeden Fall ist Thomas so ein Whittler-Ding. Wie kriegen wir das Whittler-Ding? Das für... naja. 30 Tage ab November, April, Juni und September. 28 hat nur einer. Mehr als 31 keiner. Das Schaltjahr kommt, um zuzuschlagen. Wir haben mal dieselbe Gadgets wie aus Arkham 1 dazu. Das Seile. Aber irgendwie funktionieren sie hier nicht. Wie komm ich in den Raum? Vielleicht von oben. 30 Tage ab September, April, Juni und November. Der Rest 31 ist doch klar. Außerhalb der Februar. Er hat 28, an sich. Geflabert. Ja, auch mal 29. Ah, doch zeigt er mal immer noch die Kugel da. So, Gadgets, Gadgets. Vielleicht kann man auf den... Ich weiß nicht, ich geb's auf. Vielleicht ist so hier irgendwie der Weg. Oh, Ausgang hinten oder wie? Ich glaube nicht, dass wir uns gehört haben. Okay. Ich kann nicht glauben, dass wir immer noch draußen sind. Hey, ich hab mich entschuldigt. Ich hatte es vergessen. Hoffentlich sterben wir deswegen nicht. Wir müssen einfach nur... Oh, Mann! Ein wie dich hätte ich am allerwenigsten hier erwartet. Was hast du getan? Das wollen sie nicht wissen. Wer sind sie? Du meinst, wer ich war. Hier ist man ein Niemand. Draußen hab ich für die Firma gearbeitet, die hier für die Sicherheit zuständig ist. Ja, ich auch. Sagen sie bloß, dass Strange sie hier reingeschickt hat. Ja, dieser miese Drecksack. Was zum Teufel hab ich falsch gemacht? Offensichtlich wissen sie etwas, das sie nicht wissen sollten. Denken sie darüber nach, was das sein könnte und tauchen sie unter. Ja, aber sagen sie uns nicht, weil wir brauchen ja die Info nicht. Mensch, Batman! So, ich geh da hoch, weil... Wir haben da oben am Bildschirmrand eine kleine Kompass, würde ich fast behaupten. So, wir sind im falschen Team. Ist er noch da drin? Hör auf schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich hab keine Lust auf das Brückelein mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Oh, jetzt sind wir doch alle egal, du innen. So sind wir noch hier, wir sollten abhauen. Meinst du? Wird kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu erhalten, kann ich frierst du. So. Natürlich, frierig. Wir sind 10 Grad Minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, man. Ich frag ja nur, wer war die Frau, die verschleppt wurde? Wo ist denn du jetzt drin? Oh doch. Gehört wohl zu den Losern in der Kirche. Das ist nur ein Haufen von Gutmenschen. Hoffentlich tut Joker ihr ordentlich weh. Davon kannst du uns geben. Er ist schon... Er ist Batman. Oh, hast du mir in die gewaffelt? Und du erst recht nett. Tja. Immer durch die Vordertür. Let's go, Batman! Au! Harley, echt? Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaus-Hilm? Ist das okay? Was rede ich da? Ja, natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut. Und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs! Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Pseh! Also gerade eben wurde... Hm. Es wäre selbstmordbewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Kommt hier hin! Er ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Okay. Vier Schurken, alle bewaffnet. Zwei Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Batman! Kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Okay. Dann machen wir das doch, Batman. So. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman! Hörst du mich? Verschwinde von hier! Wow, der Move ist neu! Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Lass uns in Ruhe! Dieser Idiot glaubt, dass er im Weichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Okay. Batman wird euch fertig machen. Die ganze Wand weggedonnert. Wo sind die anderen zwei? Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben. Was greicht er dann so? Ich bin doch da. Oh, wie man vom Spiel immer auf die Seite gedrückt werden. So, was soll ich jetzt machen? Neue Ausrüstung. Verbessert. Verfügbar. Okay, Leute, zuhören. Das sagen haben wir, nicht diese Tiere. Ich will, dass alles abgeriegelt wird. Das Sanitätspersonal checkt seine Vorräte, findet raus, ob was gestohlen wurde. Was ist mit Stacy? Wird jemand nach ihr suchen? Ach ja, wir sind ja dumm wie schon Scharfschütze. Wo geht's hier hoch? Irgendwann muss es hier hochgehen. Ah, hier ist eine Tür. Haben wir hier schon Beweiser? Nein. Kann man sich schneller hochschießen? Ja. Zack. Mit dem... Quirbelin hoch ist immer viel schneller oben. Hier ist die Leiter. Und hepp. Aber, dass Harley Quinn hier war, war ja schon... Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker fern gesteuert. Kurz mal analysieren. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verretten lassen. In deiner Erinnerung hat es dich vielleicht anders abgespielt, aber wem kümmert's. Du musst dich jetzt nur noch um die Wonden sorgen. Beeil dich mal, die Uhr f***. What? Alfred, ich hab das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Finde die Quelle des Funksignals. Okay, und wie machen wir das? Sind sie? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Die Richtung. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder, seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face sie? Nee, verdammt, wieso können die nicht hören? Kurz angeht, geditscht und gleich weiter. Ich weiß, wieso sind sie rausgegangen? Es ist eigentlich gewollt, dass wir so wie Spider-Man durch die Studio gehen. Die Fledermaus ist hier. Oh, halt die Backe schon schaue ich dich gleicher. Oh! Haben Bessmann aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Wo geht's lang? Och, wenn er nicht einfach dort drüber geht. Na, Jungs? Oh, du bist also echt Stress. Du kriegst da auf die Nuss. Zack, ich blocke mal. Ach, ich wollte ja doch nur ausschallen, Mensch. Wie sind wir alle in die Abram? Leute scheinen den alten Sharpie echt zu mögen. Wenn er da... Der Knopf. Erweitertes Realitätstraining online. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es aktiviert habe, aber okay. Neu. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach in... R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach in Distrikt East Arkham. Okay, und das hier? Aktuelle Position. Berge bieten. Was ist das hier? Erweitertes Realitätstraining online. Ich will jetzt erst mal durch die Frequenz folgen. So, da vorne haben wir großig rupst. Schon satt. Nicht mal andere. Was macht Wetter hier? Hi. 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 Dann wird immer ausgeschaltet, zack! So, anscheinend bist du mal so hoch Das ist der heutige Tagesbefehl Wir sollen jede arme Sau abknallen, die hier in diese Richtung kommt Moment mal! Es hieß doch, dass Joker jeden nimmt, oder? Hallo! Wollten er mich nicht abknallen? Wow, 2 FMO ausgeschaltet! Nice! Batsch! 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 Irgendwie vermisse ich diese Sprechblose Bang! Boom! Batsch! Das wird irgendwie noch cool Oh, 2 FMO! Bam! Was ein Move! Wieder durch die Masse hupst Gucken euch das ab? Voll geil! Also die Kampfsequenzen an sich stark verbessert Oh, manchmal hat er aber keine Zielfindung Aber man hört eindeutiger, wenn man jemand K.O. macht So! Ich will jetzt aber doch irgendwie mal Ähm Ähm Okay, kann ich jetzt nur das hier ver- Bewegung Kugel ist sicher so Panzer rum Ja, das ist nicht Mamo, ne? Die andere Sache kann hier jetzt schon noch nichts auswählen, aber Da sieht man wo was alles kommt Oder die Maro sucht, die sagt, wir wirklich die brauchen Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst Ach, jedes Jahr wird's etwas kälter Ich glaube, da ist Freeze schuld Er hat er mag, ist kalt Er hätte der kühlt den ganzen Planeten runter Wie hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren? Ja Wie hat's schon gemacht? Wie hat's schon gemacht? Ja